Andere Söldner im Gebiet. Nein, geht er bei. So eine Scheiße. Das gibt es ja nicht. Wo ist er so draußen? Aber wer zu Erntehals steht? Glaubst du das? Weil der immer da und da steht. Oh, normalerweise. In irgendeinem Land steht er immer. Das ist aber geizig, wenn die Päckst du. Wenn die Päckst du? Eins. Was zu eins? Dann werden sie mit der Erntehals liegen. Spritzen auch nicht, oder was? Spritzen findet ihr auch überhaupt nicht. Die findet ich gar nicht mehr. Das ist schon sonderbar. Päingeln zu ... Der ist im Kuhn. Ein. Ein. Fü�. Das hat vorher 80 Geschossen und tot sind wir nicht. Tschüss. Ich hab da dann ... In der Leid haben ihn. ich habe bloß die hier raus sind zusammengeschossen dann haben wir jetzt ernten sein der Dresdor wahrscheinlich doch das ist ja auch nicht wenn es mir geht da war er schon mit der Ausführung oh Da fuhj der Ruh. Ich stell mich da mitten raus so, ich zipfe. Ja, weilst du der Rambo bist. Nein, 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 aber so. Aha, genau, das bist du. Oleg, wo ist ein Neutzer? Ein Spieler, Achtung, das sind Spieler 2, da wo ich lieg. Nicht, da sind Spiele irren. Da wo ich lieg, da sind zwei Spiele irrennt, meine. Ja. Aber du mit deinem Superding kannst du noch schaffen. Du hast ein Tresor irrennt, oder was? Nein, aber zwei Spiele. Schieß nicht, die hören die ja. Du müsstest jetzt überraschen. Mit dem, ja. Soll ich rausgegeben oder was? Dem sonst auch. Freizeit oder mit einem habe ich... ...besammt zu dem? Weil einer hinter dir steht. Scheiße. Ich habe von hinten geschlossen. Darum sage ich euch, die stehen dann immer verteilt. Wenn die einer hat, dann lasst du der nächste gleich. Ähh, jetzt ist meine Waffe wieder gesperrt. Brutzig fix. Ja, haben wir jetzt gleich. War sauber, hab ich noch einen, hab ich jetzt sauber wegbressen, sollst du sehen. Leider ist ich wie ein Christkittel. Für die Scheißwaffen, oder? Anbrecht braucht ihr. Ja, wenn das Video ist, hab ich schon Scheiße gesehen. Wie braucht man, jetzt pass auf. Jetzt pass auf, jetzt nehm ich meine Waffen einmal. Das hat mich nicht gewollt von denen. Lobby. Also, dann Waffen, Dinge neu. Statistik, Stibel. Was ist das? Wart. Samtex. Samtex. Und da haben wir... Panzerbrechende. Und jetzt... Moment, F11. Ah, ja. F11. Also, leg laut. Schau mal. Kommandanten oder die Funkgeräte da, wenn wir mal die finden da. Nein. Was? Nein. Wie mit den Kommandanten oder weil, die müssen... Können wir machen, wenn wir das Zeugs haben. Also, wie wir die Stundenwaffen runterbringen. Das machen wir jetzt mit den Kisten schnell. Zwei Kisten öffnen, abhauen, fertig. Dann hast du's wieder herrunden. Du musst da anders vorgehen. Wir können nicht alle miteinander spielen da. Ja. Dann hat er jeder 60 km und ist schon mal eine Stunde hier unten. Dann lässt man gleich da umgefahren da und da gleich wegschießen. Ja, bei 10 Minuten kommen sie ja erst. Alletra遠ys spür ikrug in Fernse. Aber, gab es schon mal vorтом. Bei euch das blab. Aber, was zu, ich k 교een war, bei den. Geht gutier. Applaus Willkommen in Al Masra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakt. Hab ich da eine Waffe gehört von dir? Aha, die hat auch schon eine Waffe da. So. Da war eine schnee Quarte drin. Ja, wo möchtest du denn jetzt? Was möchtest du denn jetzt? Ja, die Kiste drin haben wir. Da haben wir zwei Stunden Waffen runtergekommen. Fertig. Ja, da könnt man noch eine Raketenstelle... Was möchtest du denn jetzt mit einer Raketenstelle? Ja, dann wirft auch eine Backel ab. Bis er die anderen Backel abschmeißt. Ja, dann mach du die Dinge. Und dann schauen wir mit dem Buggy an. Aber nicht, dass wir uns jetzt wieder zusammenbattern. Die letzten zehn Minuten ab. Ja, gut. Nicht, die von dir haben. Aber da kommen sie halt dann auch gerade so extrem. Bis zum nächsten. Ja, dann mach mal. Hier kommen sie nach. Och, da ist der Dinger auch da. Hast du geschenkt? Ach, die... Die bin hinten. Ich bin hier. Och, ich bin auch hier. Glücklich fix. Du bist der Aufdragskiller wieder. Ach he. Meine Güte, du. Abgeschossen haben wir. Abgeschossen haben wir nicht, weil sonst die Geldzahlung da war. Die kriegen wir nicht immer gestorben. Ja, der hat er gesagt. Ja, der hat er gesagt, jetzt hätten wir ihn abgeschossen. Ja, aber das Geld haben wir ja nicht gekriegt. Ja, wenn wir einen sauberen Kopfschuss geben, du. Aber weg. Das Geld haben wir jetzt nicht eingesackt. Das bleibt jetzt da liegen. Am Konto. Freut mich jetzt der nächste Player. Wieder vorbei, Kind. Oh, mei. Jetzt sind meine Waffen auch gesichert. Grüezi fix. Also, da hab ich so ein Profister. Braucht ja gar nichts mehr da. Was ist das? Ich denke. Ähm. Selten Tags. Ich vergiss alle das mit den Granaten. Das ist mein Fehler. Ich muss gleich eine Granaten einschmeißen. Zack. Spreng sie in die Luft. Alles. Ich vergiss. Kannst du schon bleiben? Äh. Also eine Waffe. Minimal überhaupt. Minimal jetzt die Fell mit. Die Fell nehme ich nicht mit. Also. Let's go. Hallo. Bist du eingeschlafen? Ja, ja. Nein, nein. Eingeschlafen bin ich nicht. Ha, ha, ha. Ja, ich hab keine Waffe jetzt. Wieso brauchst du nicht? Wir holen uns jetzt die Kisten und auch aus. Ah. Der Kistenfahrer. Aber sucht du nicht wie der Auto mitnehmen im Kampfgebiet aus? Dazu hast du auch die Raketenschädung im Kampfgebiet ausgesucht. Nein, nein. Nein, nein. Die sind ja solo gestorben. Ja, ja, ja. Die sind alle zwei extra. Solo. Solo. Weil wir sind dann gestorben mit den Solo. Die sind auch sauber. Ja, genau. Solo. Die. Two. One. ZERO. Die. 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 Diddle-dee-doo-doo-doo-doo-doo! Bagfaat're wechat! verd Legoatt, per stream patience, Arg-fuck! Proof das Spielt 리더! Willkommen in Almazra. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Oh, das ist eh unsere Zeit. Jetzt haben wir leider keine Waffe. Ja, genau. Gleich im Flughafen, dann können wir auch verwarfen. Guck guck. Oh, scheiße, das ist gut. Waffe! Waffe, 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 waffe. Ja, scheiß Witzung, du. Waffe, 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 waffe. Ist gut. Ich hab nicht, ja. Dann geh mal auf die Tabletten nach oben. Mal durch. Mal durch, Christa. Mal durch. Von mir ist es so komisch gepixelt da. Wenn ich einen Schussl auslassen habe, geht der doch pixelt. Was ist denn ein Schussl, der für ein Pixl? Ich weine nicht, was das bei Pixl ist, du nicht. So ein Pixl, die Pixl. Ja, Pixler, du. Prixl, Pixler. Ich schau mal da rein. Ich schau da nicht mehr schlecht aus, da herrin. Nein, du bist noch nicht mehr als der Karte. Ach, genau. Hab ich den Schuss gemacht? Ach, ich schau nicht mehr schlecht aus. Hast du unten reingeschaut aus? Wo bist du denn? Daherum. Achtung, da kommt einer runter. Nein, ich bin gleich mit du. Jetzt hat er mir einen Schuss. Okay, hierauf jetzt. Ach, du legst mich am Arsch. Ach, das ist ein Schuss. Was ist denn mit die Pitsch? Woher denn? Ach, du gehst die Zähne. Ja, wo spülen wir denn heute zusammen, du? Der Wahnsinn, du. Katastrophe ist das heute. Meine guten Waffen, meine ganzen Fünf-Sterne-Waffen haut's mir weg. Jetzt hau ich auch Fünf-Sterne-Dinger-Milz. Ja, eben. Wie braucht man die Dinger da? Ja, eben. Die Fell ist ja eh nicht so besonders. Die Fell ist ja sowieso nicht besonders so stark gewesen. Da hab ich die reingeschaut, aber... ...und das... ...und das... ...kontext. Äh, da oder die... Warum tue ich denn? Ich überhaupt nicht die Dinger. Ah, was zeigst du denn da? MP4 hab ich ja Fünf-Sterne. Fennec, das ist auch nicht schlecht normal. Die Ebr. Ebr. Fünf-Sterne-MP4 hab ich jetzt drin. Kasthoff. Fünf... Oh, das wär dann auch so gut. Schwachschutzgewehr. Fünf-Sterne. Ah, ich nehm die. Fennec. Den Fennec probier ich aus. Auf geht's. Let's... Auf geht's. Jetzt hau mal alles weg da. Jetzt hau mal alles weg da. Ja, du meinst. Wir haben immer mehr mit den Granaten mehr. Fünf Minuten hab ich schon geschafft. Haha. Was? Fünf Minuten hab ich schon geschafft, sag ich. Ah, legst den hier, du. Wir haben immer mehr... Wir haben immer viel mehr mit den Handgranaten-Einsatz machen. Ja. Das vergiss ich ja jedes Mal. Habs immer dabei. Und... Ja, du vergisst der Weih. Vergisst der Weih. Ja. 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 Du vergisst das ja nicht. Du wirfst das ja vorher schon aus. Ja, weih. Ja. Ja, wir sind ja gleich. Okay. Du... 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 Du würdest das ja nicht vergessen, aber du wirst das halt sauber zu früh alleweih. Gleich am Anfang. Bumm Bumm. Ja, genau. Ja. Ja. Bis ich wieder ein paar zufinde. Ja. Im Dunkeln, weißt. Ja, deswegen muss er... Du musst ja alleweih Tent drauf. Ich hab immer Tent drauf. Ja. Das einmal hab ich's runter tun und dann bin ich auf das eh gekommen. Ja. Jetzt fass er dir. Oh leck. Oh leck. Das schön ist ja schon wieder. Oh lecker Maserä. Du hast es ja wieder herüber. Das fliegt die Dusche wieder. Jetzt hab ich eh gerade gefressen. Ja. Und bei auch Nachspeis auch noch. Meit du bist da. Ja. Schrei noch blau. Lauter. Gesundheit. Ja. 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 Das hieß, bei mir. Hier ein Puppe für dich ist ja ein kleines. Da liegt da aber die, oder? Was sind das? Nein, die da steuer ich. Oh, ein kleines Puppe. Das nimm mir jetzt schon einmal mit. Weil ich möchte sehen, was das tut. Liegt's. Darstell. Siehn. Sie sieht aus, als hätte man im Laufe vieler Jahre oft mit dir gespielt. Hm. Ja, wie du. Der Puppenspieler von Mexiko. Ich bin ja der Puppenspieler von Mexiko. Ist einmal heute und einmal froh. Ich sag einmal da. Irgendwo steht da noch nicht mit der Grafik hättest du da. Ich bin ja nicht. Jetzt startete. Ich will ja auf die Schieße noch einen Holosophie. Jetzt kannst du noch das Pixel. Der steht schon wieder auf Milo wie er da hinterher. Der Puppenspieler von Mexiko. Du, ich sag mal heute unter ihm. Wir haben jetzt auf mich geschossen. Du! Vorsicht, der kommt zu dir um. Der will dich killen. Zuerst noch hin und dann fahren wir mit dem Puppenspieler. Wir werden jetzt auch noch mal hin. Hehehe. Oh Wahnsinn. Ja, aber ich. Ich packele heute gar nicht gestern. Ja, genau. Die Stärkung. Oh. So. Jetzt können wir das kein mehr. So ist eh das aktivieren. Oh, einen haben wir schon. So ist auch noch einer. Ey. Wo die Zeit weg ist. Ich weiß ja nicht mehr. Was? Das zeigt's mir. Ich wüsste eher an wie da sind gelegt. Ich hab' ich. Ich bin getroffen. Wo schiessen die her? Nirgendwo schiessen sie her noch. Das ist da oben. Ah, da oben. Woher? Da oben, von der Garage. Zwischen, rechts, neben der Garage. Ich bin ja nicht. Ich muss da oben. Ich lass dich nicht sterben. Du. Das ist bei Saufen. Warn der Saufen. Warn der Saufen. Warn der Saufen. Warn der Saufen. Ja, wenn man ihn so pickelt und aufgezieht. Wie ich gesagt hab. Ja. Ja. Jetzt braucht man nochmal so ein Funkgerät. Ich lass ihn sich anwifeln. Da unten. Ich hab was abgekriegt. Ein Quad kommt, oder? He, du Quad. Das ist jetzt da unten angesteig, oder? He. He, du Quatt. Ich muss da reinfahren. He, du Quatt. He, du Quatt. He, du Quatt. Okay, das geht's doch nicht. Ich muss, hätte nicht durchziehen sollen. Er ist da ganz unten. Was tust du da unten? Nein. He, du Quatt. He. He, du Quatt. Ja, du Quatt. Ja. 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 Du spielst da wieder der Rambo. He, du Quatt. He, du Quatt. He, du Quatt. Ja klar. Auf geht's. Hör mal. Hör mal die. Die waren halt. Hm. Drum. Die müssen wir da runter. Da unten sinds. Höll Schuss! Okay komm. Jetzt lädt er nach, du Hiesl. Lahrt er direkt zum Granaten. Halt den Spritzen rein du. Was hast du denn geschmissen du? Okay komm, das gibt es doch nicht. Die Waffe ist so ein Blödsinn. 5 Sterne. 5 Sterne Fennig. 45. Das ist ja so ein Dreck. Ich hab eh schon das Ding an. Ich hab eh schon so ein Zipfel auf. Ich hab aber geschossen. Ja aber ich hab schon so ein Heim aber geschossen. Nein, die Bakken hast du nicht geschossen. Heim hab ich aber geschossen. Ich hab mir Fritz nachgeschossen. Da ist ja die. Warst du da schon unten in den Raum da? Was denn? Ich hab noch keinen Raum. Ich hab gar nicht dazugekommen. Weil ich die Mission machen will. Glaubst du eine Mission? Die Mission? Mach dir ab. Ich hab noch keinen Raum. Ich hab noch keinen Raum. Du hast das Ding. Aha. Ich hab ja voll den Heim da entgegen geworfen. War voll das eine du. Jetzt muss ich... Nein, das Puppel wirf jetzt nicht aus. Da lass ich lieber Tongranaten liegen bevor ich das Puppel wegwirf. Guck mal rein. Ha 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 ha. Na da deswegen ist ja. Ich weiß schon da war der... ... der Ausdruck da... ... oder? Wir brauchen... ... wir brauchen... Nein, aber wir haben mir doch den... Du musst dir das mit den Funken aktivieren. Da. 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 Ich hab's mal nicht so mehr. Scheiße. All schnell. Oh, jetzt hab ich ihn getroffen. Wiß du mal die Puppel, hupf' einmal rein. Du kannst mich noch zusammenschissen. Ich komm! Ich komm! Ich komm! Okay, jetzt hab ich keine Munition mehr! Ja, ich auch nicht mehr! Ach so, ein Krampel! Nimm das! Nimm diese einzige Stärke dafür! Warte mal! Lege mir Munition ab! Oh, Munition! Wenn sie braucht! Jawohl, hab ich da! Ich komm schon gleich mal! Ich warte mal! Ich bin schon mal auf jeden Fall! Ich rief doch gerade! Und losst du glaube ich da! Ich bin schon mal auf jeden Fall! Ich bin schon mal auf jeden Fall! Ich rief doch nicht! Ich rief doch nur... Ich rief doch nicht! Du rief doch nicht! Ich rief doch nicht! Die Waffen ist ja so ein Blödsinn. Du musst sie einmal hinschießen, dass der mal einen Platten verliert. Dann mal den Male. Ich hab eine. Nehm ich den bei den. Jetzt geh her. Come on. Come on. Ich schwör dich, dich finden. Ich schätze, der ist da raus. Was stimmt der nicht? Was? Ich hab ihn wieder hintergewirft. Und jetzt ja. Ist ein heuerer Mensch. Wie sein Kopf die Hände. So, war das. Du, du, du. Du, 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 du. Hier haben wir. Wie könnten wir eigentlich das anders einmachen? Nächstes finden. Was wieder... Na? Na, nix. Ich bin nur wieder für mich. Am... Nur für dich wieder. Nur für mich am Blädeln. Und... Alpacra... Untergrundschlüssel. Ach, geh. Aber willst du mich? Wie der kleine Püppel lobt da? Das kleine Püppli. Hier. Du. 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 Was ist das? Was ist das nicht für Toten gekommen? Was ist das nicht für Mission? Na, jetzt hab ich mich wieder drauf. Da brauchst du nicht lachen, gell? Ja. Dabei haben sie dich auch gelegt, du. Ja. Ja. Ich hab mir gesagt, den Martin hat jetzt sein Kopfdücher runtergehauen und ihn getroffen. Und dabei haben sie dir das Kopfdücher auch runtergeschossen. Ich hab mich gleich erwischt, die Säcke. Hinter dir. Wer schießt denn du jetzt? Hier ist wieder gleich wieder. Trifft denn. Trifft denn ja? Du schießt doch heut verbrauchen wir. Warte mal, wie ist denn das? Ja, hinter dir. Hinter dir ist einer. Oh, leck. Jetzt weiß ich, ich kriege schnell hin. Hupf weg. Geh hinter die Mauer. Da, hinter. Lecker, lecker. Bist du da? Was lebt denn jetzt denn da? Jetzt liegt er da so einsam und verlassen. Oh, geh da weg, geh weg, geh weg. Dann schießt ihn doch mal gleich. Ja, das weiß ich nicht. Ich mein, wenn ich einen abschuss, ich bin jetzt auch weg. Heut ist nicht unser Tag. Nein. Aber heute haben wir wieder was geschafft. Drei, vier Leute haben wir nicht gemacht. Ja. Heut mags uns nicht. Heut mags uns nicht. Ich hab am Anfang so stark angefangen. Wir haben schon jetzt das Scheiße angefangen, aber dann waren wir super. Ja. Aber am Anfang war ich so stark, hab ich ständig überlebt und hab die retten müssen. Und jetzt ist komplett hinüber. Und da seht man es einfach. Wenn ich stirb, dann ist es einfach komplett hinüber alles. Weil auf die kann man sich nicht verlassen. Ja, genau. Du darfst mich einfach nicht sterben lassen. Taktik. Dem Taktik. Dem Taktik. Dem Taktik. Ja. Und. 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 Da darf ich wieder fahren. Da darf ich wieder einen Tag solo fahren. Bis ich meine Rüstung, meine Waffen zeigst hab. Meier meier. Wegen dir. Ja, genau. Was du da alles drauf gehst du. Ja, weil du euren Rambo spielst. Du musst dir euren Arsch retten. Ich seh ich. Stimmt vor mir. Jetzt soll ich einmal wie ein Profi spielt. Das will ich sehen. Ich zeig es mir. Sicher Daten für Zugang zu neuen Missionen. Da bin ich jetzt spannend wie ein Profi spielt. Rechnet mit Kontakt. Da bin ich jetzt spannend wie so ein Profi spielt wie du. Ja. Mit der Sniper hätte ich es auch geschafft. Bloß ich trau mich alle weil ich mich nicht mehr. Weil die wertvoll ist. Zuerst am Boden hinlegen. Da bin ich dann sofort wieder aufstehen. Aha. Das war die falsche Tasne. Ja, das ist ein Profi Trick. Aha. Anschleichen. Anschleichen. Der Stecker. Wenn er schaut. Luft halten und bumm. Und Luft halten und bumm. Das hört sich an wie so ein Stopsel quer. Das hört sich an wie so ein Stopsel quer. Ja. Das hört sich an wie so ein Stopsel quer. Ja. Das hört sich gar nichts. Wir haben gar nichts mit dem hier. Das hört sich an. Ja. Ja. Luft halten. Luft halten. Bumm. 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 Ja. Bumm. 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 omedical. Himmel. Bumm. Ohne Profi Trickst du. Bumm. Ja auch seht das nicht wie es geht. Jetzt siehst du jetzt einmal wie ich dich ohne Sniper abschließel. Drei Stück, du hast Drei braucht für. Längere Zeit Da ist ein Dressor herrn, 100 Pro Bei dir so rüberwieseln Hast du noch einen Tuch Tuch Hörst du das auch? Ich zeige, dass ich einen Haufen rein ist Da ist ein Dressor herrn Ich kann es immer wieder aufbomben Da breite ich meine Spezialwaffe Ich meine, da reagiert anders Hab ich schon gesehen Nein, nein Du, du, du Und schalala Und schalala Das war ein Pfuch Ah, komm ich hab Und nicht die erste Ausgabe Schade Ja Wo ist er denn? Jetzt ist er weg Ich schieße die ganze Zeit die ganze Zeit Leidig zu Werkt das nämlich? Ich hab ihn nicht Ich hab ihn nicht Wenn du Aufträge abschließt, erhältst du Geld für Ausrüstung und Verbesserung. Ultra 1, die öffentliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Da, am Dach sitzt er. Da hab ich ihn schon. Das war ein Ding, ist er das? Ja, feine, ich hab ihn ja gesehen. Ultra 1, Kopfgeldzahlung autorisiert. So die Waffe nehmen wir, Robin. Den nützt er mir auch nichts, das ist ja die M4 da. Wo ist denn jetzt da? Oh, da ist er. Was ist denn das? Oh! Was ist denn da? Was ist drin? Was hast du mit einem Medi-Pack gefunden? Ja dann. Ja, mit einem Medi-Pack. Formen. Kannst du den Rucksack mitnehmen? Den kann ich nicht aufnehmen. Weil der sehr großer ist. Super großer. Der ist sehr groß. Hat er sich auch mittleren oder was gefunden? Nein, habe ich nichts. Ich brauche nämlich, ich nehme nur sehr große mit. Dass er auch sehr viel einbringt. Das ist ja her. Oh, das ist nice. Du musst liegen lassen, dannst du. Ja. Der nächste ist verzeiht. Ich bin gekommen. Das ist auch nicht mehr dritter. Wie ist das? Da ist er drin. Er ist ja schon wieder da hinten. Er ist ja schon wieder... Ich habe nicht mehr einen Platten drin, siehst du. Aber siehst du mich. Ich werde beschossen! Ich lasse dich nicht sterben. Das sieht man einfach. Du brauchst ja bloß... Du brauchst eh keine Platten. Dass du bloß in die Häuser umrand formst. Du hast ja leise den Senken. Du hast ja leise den Senken. Das ist ja nicht. Nein! Ich lieg da noch meist in die Häuser umrand kropst. Ah, da ist auch noch der! Oh, 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 oh! Wo bin denn ich da? Er haut ab! Der nächste ist! Der nächste ist! Der war schon hinter dir. Die gibt es anwacht auf dich. Ich hab dir alles weggeschossen. Das Ablegen von Geld in einem toten Briefkasten... Wo läufst du jetzt überhaupt? Du möchtest du zum LKW oder was? Nein, wir brauchen eine Drohne, oder? Wie heißt das? Ja, die... ...Buggeräte. Aber du lässt ja keiner fliegen da. Ja. Da sind wir zum Kranghaus runter mit den Last. Mit den Pack. Ja, feil ich. Da unten lassen sie auch ein Fliegen. Die Blauen lassen eh keine fallen. Die anderen. Wollt ihr mich zusammenfahren? Nein, ich will den Ausweichen von dir, dass du nicht rauf springen kannst. Und dabei ist ja doch noch rauf gekommen. Wir haben ja nicht gemacht. Am Zug springen da nicht so rauf. Nein, du hast ja irgendwie... Hey, ich kann wie ein Zug von dir. Schon immer getrunken. Ja, lass mich nicht weiter... Ich war noch in der Ruhe, ich glaub ich spiel. Ich bin jetzt gleich ein Block. Ich bin jetzt gleich ein Block. Hey, du holst mir jetzt erst einmal da ernten die Blocken da. Hier ist tatsächlich noch drin und vorbei. Was hast du? Was hast du? Hvorfor ist er hier? Hinten der Medepad. Ehh, Blocken. Ach so. Ah, ich bleibe da erst einmal. Da liegt doch ein Scher. Ja, das macht sie. Dann habe ich diesen mal gefunden. Da ist ja ein mittlerer Rucksack, wenn du ihn brauchst, gell. Nein. Ja, nimm nochmal mit. Oh leck, da geht es ja so zu da unten in Kronhaus. Bei der Tankstelle. Wollen wir mal Taktik überlegen. Ah, ich gehe was, Bruder. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Da war einer hier. Da war einer hier, der hat die Schutzmauer aufgebaut, der war allein anscheinend. Da steht die Schutzmauer, da steht die Deckungsplatten. Der spielt anders, der spielt mit Schutzdeckung. Wenn er halt der wenigstens einen Medipack da lassen leidet. Wo bist denn du wieder? Ein Krankenhaus. Bist du da unten? Ja, hab ja gesagt, dass ich da runterfahre. Weg! Aber da ist nichts. Der hat alles ausgeräumt, der hat mir nichts überlassen. Ein Sauhund. Das sind ja schon. Das sind ja andere Sitteln. Der, wie man über den Weg läuft. Ich räum ihn weg. Da hat er viel Schüttel eingefangen, weil sie so frech sind. Was bist du dazu eingelangen aus? Nicht. Du hast die Raketenstrahlung schnell einmal aktiviert. Aber jetzt ist er eh noch nicht da, oder? Ja, ich würd's nämlich auch mal vorregen, aber da sind mir zu viele Daten gestanden. Ja. Hey, was ist denn jetzt? Kommt da einer? Ich höre Tankscheid. Bist das du? Achso, er mit dem Lassau. Das ist kein Tresor, aber schau mal da rein. Du brauchst bloß mal da rein gehen. In das Heißl. Wo für Heißl? Ja, in das Krankenhaus. Da rein. Da wo der Tresor meistens steht. Da wo der Tresor meistens steht, wie er's da ausschaut. Da hat er seine Platten aufgestellt. Scher? Da, seine Schutzwand. Jetzt ist's zusammengefallen. Was ich tu, ihr am zusammentreten? Hey, jetzt warte mal. Da ist nämlich ja so da gestanden, dass er so rausgeballert. Der Rucksack. Hey, endlich einmal. Die Zeit ist ja geworden da. Hast du lange gebraucht dafür. Ah, ha, ha, ha. Ja, eher mal. Hey, jetzt wenn ich weiß jetzt war, der Zitze kommt da. Der Glitzl schlauer. Hey, nimmst du nicht die Entlastung? Ich will. Hast du schon vollgetankt? Ah, da ist doch der Hubschrauber. Schi, den lassen wir jetzt gleich. Den fahren wir jetzt gleich über den Haufen. Oh, ich hab einen einzigen getroffen. Super. Ja, vier, zwei. Ah, ha, ha. Ah, da steht auch noch so viel, du. Die ist eine Würstchen. Wie braucht man das denn? Ja, ich hab ihn schon gleich zusammengeschossen schon wieder. Ja, grüße sich. Jetzt kann ich nicht mehr zurückfallen. Ja, freilich. Fahr so mal zusammen. Ja, schwan. Ah, jetzt kommt er zu uns da. Zu uns? Was? Pass auf, da kommt er. Da ist ein Fahrzeug. Da ist ein Spieler. Hey, da müssen wir ihn herlocken. Da hast du zusammenschissen. Ja. Da fliegt er zu dir weiter. Ja, fliegt er zu mir her? Ja. Ja. Wir haben vorher auf die Station schon zurückgenommen. Kommt er? Ja, zu dir. Bei dir ist er. Mir hat er überflogen. Ja, tatsächlich. Kommt er her. Du musst jetzt fast schauen, dass du irgendwie kreist oder was. Ja. Und ich schau, wo es ein Ding ist. Weil ich da herkomme. Genau. Weil ich vorher wieder zurück sitze. Da wirst du natürlich drauf schießen. Mach die Station schnell hinten. Mach die Station. Aktiviere dich. Ja, aktiviere dich. Und dann schießen wir auf ihm. Dann lockt man da hin. Aber schießen wir da runter. Ich höre nicht aus. Ich bin gleich hinten. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich raus. Kannst du mal den LKW-Zang gefahren? Zang gefahren? Äh, Zang geschossen. Oh, warte, ich komm eh. Kuck. Nee, der Scheiß. Kuck. Kuck. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ja, hier ist die. Ahn und. Tanki dabei und alles. Wo ist denn der Hubschrauber jetzt? Der ist ja da hinten. Ich bin nicht der Hubschrauber wieder geflogen da. Ah, jetzt sind alle hin, oder? Sauber eingeschmissen. Was hast du gelaufen? Ja, ich hab's offen nicht da gehört. Nein, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Jetzt hinten der Hubschrauber. Hier muss das Wetter weg. Nicht so was, wo wir so weit sind. Hä? Oh, der Junior Lost hat mich hingepackt, oder? Nein, jetzt stehst du runter. Hinten auf die Brücke. Okay. Geh in die Hubschrauber, nicht, dass ein Spieler dich runter schießt. Dann schießt man einen Trafel aus, und dann müsste er eigentlich runterkommen. Da hast du uns nachgefahren, weißt du? Ja. 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 400 Meter haben wir. 400 Meter haben wir. Kriegst du? Ja. Ich hab ihn glaube ich getroffen jetzt. Jetzt müsst ihr alle hinplallen ein wenig. Immer einen Schuss, dass uns nachgefallen. Ja. Ja. Jetzt schießt er. Ja, hör auf jetzt. Wie schnell hier wirklich. Jetzt wird. Ja, bleib stehen. Ja, ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Ja. Halt hin da, fetz, fetz, fetz weiter. Ja, ich kann nicht mehr anders. Fetz, fetz. Trittischer Schaden, raus! Trittischer Schaden, raus! Trittischer Schaden, raus! Aber er schießt schon auf ihm. Der schießt schon auf ihm, oder? Ja, der schießt schon. Ist er da jetzt da? Anscheinend, keine Ahnung. Ja, er schießt schon. Ja, haben wir ihn schon, oder? Ist schon abgestürzt. Jawohl, du hast es geschafft. So, jetzt. Wo ist das? Feindlicher Abschrauber zerstört. Suche in der Abstandsstelle nach Vorräten. Ja, wahnsinnig. Ich möchte sehen, was da drin ist. Der Zimmerschlüssel 302, oder 203. Ein Präzisionsschlag, sehr schön. Oh, leck. Wo ist er denn? Da ist eine Drohne für dich. Okay. Jetzt hat er mich geworfen. So. Dann kommen wir jetzt zum Ausfliegenfliegen. Ultra-1-Hier-Kommando. Treffer bestätigt. Flieger zerstört. Fracht auf Taktik-Karte markiert. Also. Die tun wir jetzt da runter, weil da der nächste LTV ist. Ja. Und dann können wir Backel noch mitnehmen für dich. Vielleicht sind es zwei Dreierplatten oder zwei Rucksäcke. Zwei große Träume. Hey, der Zug ist auch noch. Ja, den brauchst du nicht mehr. Der ist eh so leer. Wir haben noch 5 Minuten. Schau mal auf die Uhr. Nukleär. Wer schießt denn noch auf uns? Ein Spieler wahrscheinlich, oder was? Eißte. Zum Zug aus. Was hast du noch? Du musst ja schreiben. Da haben wir. Oh, die. Oh, die. Das Auto schaut so gefährlich. Oh, die. Oh, die. Schau mal. Ja. Ultra eins. Der Feind ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Ja. Das soll ja ausschauen, wenn wir die halber zusammenfotten. Da ist ein Backel auch noch. Ja, das sag ich auch, das Backel nehmen wir. Das liegt am Weg. Weiß ich doch. Hab ich ja gesagt. Das sind zwei Backel, die nehmen wir. Dann kriegen wir vielleicht noch zwei oder dreier Platten. Oder Rucksack. Große. Die muss doch geballert werden. Das ist ja nicht mehr normal, oder? Liegt das Dach dran. Was hast du denn da für... Hä? Hä? Was hast du denn da für eine Anhängerkupplung dran, oder? Auf dein Ding. Was Anhängerkupplung? Hinter deinem Dollarzeichen. Hinter deinem Namen, dein Dollarzeichen, deine Zahl. Und dann ist es eine Anhängerkupplung oder was. Jetzt lass mir. Ja, wo? Was? Sehst du das nicht? Wo steht denn? Na, wo? Links unten, im Monitor. Hinter deinem Namen? Hinter deinem Namen ist das Ding. Was? Was? Das sag ich nicht. Da wo du ein Lautsprecher auf Leichtbild sprichst. Und da ist der Dollar, der Gate. Und dahinter ist ein Kreis, wo da eine Anhängerkupplung dran abhüllt. Nein, das bist du. Nein, das bist du. Nein, Koram. Das ist ein Koram. Das ist ein Koram. Lenkraut bist du. Schon wieder hinkt ein Raketenfach. Luftnahe Unterstützung bei dir nicht möglich. Jetzt können wir da nicht ausfliegen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wer schießt denn da so? Da ist ein Schreiber da gewesen. Jetzt kann ich das. Da war ein Schreiber. Das ist für eine Waffe da. Ja, zeig. Und so ist er. Da hin? Das Ding ist ja das. Eine Sniperart. Sniper? Ja. Du nimmst mit, wenn es da passt. Gammel. Warte mal, ne? Ich lebe mir endlich viel. Gut. Neu. Ja, geh. Wo ist der ausgegangen? Ja, der ist hinter uns. Aber da war auch noch eine Kiste. Nein, da war auch noch eine Abschuss. Kiste schon. Halt. Ja, warte. Jetzt bist du vorbeigefallen. Ja, da vorne ist noch eine. Ah, das ist ja da wo der Ding ist. Wo? Wo die Minipacks sind. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Gib mir eine Rückendeckung. Warum? Hä? Er sackelt alles. Ich so überhaupt nicht. Warum? Du hast ihn gerade reingesackelt. Wo ein Rucksack ist. Da war auch nichts drin, du. Zipfelglatsche. Die war auch schon ausgeklaut. Nein. Das war nicht der Ausklaut. Nein. Geh her. Weil da ein Rucksack drin ist. Wo ist der für ein Rucksack? Ja, der große Rucksack ist dort. Ja, Busch. Das war schon. Ja, das war schon ein Rucksack. Nein, warte mal. Du hast jetzt einen großen Rucksack. Da ist ja noch eine Waffe drin. Ja, fertig. Sag ja, ich brauche ja die Waffen nicht. Meinen, dass ich ein Geschwui von den Waffen. Ja, keine Waffe. Ich geh. Ja, keine Waffen. Ja, keine Waffe. Uh.. Hey. Thomini! Schnell! Ich steff dich wieder auf die Täter. Hey, jetzt schießt mich auch nichts zusammen. Jetzt geben! Hey, jetzt, die leert da. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Gut, hergleich. Die Strahlung verbreitet sich im Gebiet. Such einen Evakuierungspunkt auf. Sackle, das ist geil, du neues Zeug von mir. Scheiße, jetzt kriegst du es schon wieder. Ach, geil. Der schießt doch auf mich schon wieder. Links ist doch einer gewinnt. Jetzt fahr ich mit dem Auto wieder. Da sind wir ja ein wenig zusammen, oder was? Die schießen wahrscheinlich vom Haus auch raus. Außer die Waffen hättest du nicht mehr drin. Ja, jetzt steig rein. Der Sniper hingeschmissen. Ja, jetzt bin ich schon drin. Du bist schon drin? Ich bin schon drin, ja. Steh unter, direkt um den Schuss! Ah, lecker. Was möchtest du dir? Das Sparkle hörst du auch noch neben mir aus? Wir müssen jetzt schauen, wann wir rauskommen. Wir können bei einer nächsten Flur nehmen. Jetzt haben wir wenigstens einen großen Rucksack. Da ist ein Sparkle noch. Da ist noch von dem Raketenabschuss. Da unten ist nämlich auch einer. Da ist noch ein wenig, gell? Wo willst du jetzt alle vier nehmen? Dann lass das! Ah! Dann lass das jetzt vor dem Ausgang hin. Da! Da bist du dabei! Wo ist sie? Da ist sie ja vorne! Bei einem Baum! Ah, Hupf raus! Ah, wo ist das andere? Das wird die auch noch nehmen! Ah, jetzt ist ja der Hupschauber. Nein, da ist ja mitten drin! Mitten drin ist das! Da schiessen sie uns bloß zusammen! Nein, da schiessen sie nicht! Da ist eine Abschussserie und ein Schlüssel. Da sind schon zwei Viertel lang! Da war schon einer drin, oder? Achso, du bist noch drin! Hast du eine Abschussserie genommen? Ja! Ja! Gut! Weil die kannst du dann ins Fluglandeplatz einlassen! Ja, genau! Dann müssen wir uns rauf auf die Schüttel wieder rauf sitzen! Ja, wenn nicht einer oben ist! Da ist sie! Da ist sie! Da steigst du beim Schüttel schnell aus, gell? Ja! Dann gehst du rauf! Steig aus! Ich geh rauf! Und ich lande den dabei! Ich lasse den starten! Ich fahre mit dem weiter, weil der schon vollgetankt ist! Ich fahre mit dem weiter, weil der schon vollgetankt ist! Ich fahre mit dem weiter, weil der schon vollgetankt ist! Oh! Und ich fahre mit dem weiter, weil der schon vollgetankt ist! Oh! Oh, brauchst du die Gwesten mit dem Benzintank? Nein. Das ist gar nichts. Der ist schon da. Ja, ja, ich kann mich. Lüge runter. Oh, sauber eingeflocken, Juni. So, sehr gut. Jetzt hat jeder ein gutes Ding drin. Geh, Bob. Was? Alles gut? Abflugsding, Abschussserie. Dass wir ihn reinlassen können. Ja, das ist das Wichtigste. Am besten sollten wir sie da hinlassen. Unsere Waffen ist auch gleich freigeschalten, weil wir so viel Kohle dabei haben. Und ich habe so geile Waffen jetzt. Ich habe so eine geile Waffe jetzt gekriegt. Danke. Abgeschlossene Mission haben wir auch abgeschlossen. Schön, ja. Ja, das Wichtigste jetzt. So, dann kann es weitergehen. 19.885. Was 19.000 hast du gekriegt? 19.885. 12.000. 12.000 hast du. Obwohl du mir Geld gestohlen hast. Ja, die Mission habe ich ja vorher schon angeschlossen. Ja, aber du hast ja meine ganzen Dinge, mein ganz Geld gestohlen, dass deine Waffen frei ist. Die Gegenkarten freigeschalten, ja. Jetzt habe ich drinnen, ich habe noch von Legion drinnen. Jetzt warte. Warte, ich muss erst schauen. Was hast denn jetzt du denn? Ich habe halt noch einen weißen Lotus, habe ich drinnen. Öst, schnell und stark. Jetzt ist es abgeschlossen. Hast du gehört? Keine Eile ist auch noch nicht fertig. Jetzt bist du auf weißer Lotus. Was hast du drin? Schnell und stark. Schnell und stark, ja. Ja, das ist jetzt... Was haben wir jetzt da? Legion, Stufe 3. Keine Eilung. Sollten wir aber Black Morse mehr machen, weil die auch auf Stufe 3 hochgehen. Ja. Weil die sind ja schon auf Stufe 3 alle. Macht man Black Morse, dann tue ich den raus. Ja. Ja. Dann tue ich mir... Weil wir brauchen das eh alle auf 3. Ja gut, wie viel hast denn da schon? Was? Was ist denn das schon? Schnell her? Achso, das ist ja das. Hä? Jetzt schon alle auf 3, ja schon. Jetzt schon alle auf 3, ja schon. Jetzt schon alle auf 3, ja schon, oder? Achso. Schnell her? Das ist ja super Ding. Was denn? Black Morse, das zweite. Was ist das? Ein Zeichen? Black Morse, das zweite. Hä? Schließe einmal Jagdauftrag ab. Extrahiere die Waffe eines feindlichen Operators. Fertig. Ach gut. Also, das haben wir eh jetzt allweig gemacht, so was. Was willst du denn da noch mehr? Wir brauchen den einen sichern, den müssen wir immer machen und dann haben wir es eh schon. Also, den muss man halt extrahieren, den Waffen dann. Hallo? Ja, hallo. Ich verstehe ich schon. Was willst du denn jetzt? Ja, einen Auftrag hab ich erst ein da müssen. Ich hab erst Schlüssel aus da müssen, weißt du schon? Was, jetzt nochmal, wie hast du da schießt einen Jagdauftrag? Also, ja gut. Also, das ist ja eh einfach. Din hoş Mahal oder auch Laie. Untertitelung des ZDF, 2020